Hallo. Meine Wagen ist voll. Meiner auch. So, mach die Scheiße. Ich glaube, ich kann das nicht. Kannst du auch nicht mehr. Oh Gott, ich glaube, ich krasch dir voll aus. Wie geht denn das? Okay, ich muss erstmal üben, wie ducken und so geht. Kann ich hier rauszoomen? Nee, leider nicht. Ja, klar. Und Herzklopfen. Herzklopfen, gleich wieder. Bei mir ruckelst du? Nee. Hackelt das bei dir auch? Nö. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich hab schon wieder Herzklopfen. Oh, ich hab Angst, wenn das Michael mal hier sitzt. Oh Gott. Nee, gut, der Herzklopfen. Ja, das ist der Alter. Der Lederface, oder wie er heißt. Nee. Ich glaub, der ist hinter mir her irgendwie. Komm bitte nicht zu mir. Oh, okay. Das ist die Krankenschwester. Ja, das ist die komische Tante, die sich teleportieren kann. So ein bisschen. Ja, die Krankenschwester. Blöde Kuh. Ich hab irgendwie das Gefühl, du rennst mir hinterher. Oder die rennt mir hinterher. Weil irgendwie hab ich die ganze Zeit... Nee, die ist grad an mir vorbei gerannt und ich hab jetzt grad einen Fehlzimmer gehabt. Oh Gott. Hm. Ich seh die damit. Ach da. Alter. Fehlzündung. Ich kann's nicht mehr. Es ist vorbei. Oh nein. Bitte lauf nicht mehr vorbei. Danke. Geh weg. Oh Gott. Oh. Na endlich. Na endlich. Liegt jemand. Oh Gott. Au. Fuck. Ich lass sie mal explodieren. Ich muss schon ein bisschen lügen. Ja. Ich glaub ich bin zu... Yo, Klau, komm zu mir. Es ist übers hell irgendwie. Kann das sein? Hm? Es ist relativ hell, oder? Was? Alles? Ja. Ich sollte vielleicht nicht zu dem hier rein. Na komm, haut doch mal ab jetzt um hier. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn da der her? Ne, die ist gerade genau an mir vorbeigeschwebt. Ah. Ja, die sucht sich den anderen noch. Ich bin froh, dass ich die Maximalpigmentierte gerade spiel. Darf man das auf Youtube überhaupt sagen? Weiß ich nicht. Huch. Huch. Oh, ich sollte mal hier wegrennen. Oh Gott. Der kommt immer runter. Was machst du eigentlich? Ich? Bist du das überhaupt? Ne. Ich bin die... Ich weiß nicht wie sie heißt. Keine Ahnung. Die Clodet. Ja. Bin ich bei dir? Ne. Okay, dann bist du das nicht. Ich glaube, es gibt genügend Clodets hier. Die mitspielen. Ja, die können sich halt so extrem gut verstecken, ne? Ja. Alter, das hagelt bei mir manchmal. Hm. Ich glaube, das Problem hatte Gronkh auch gehabt. Aber ich muss sagen, bei mir läuft es eigentlich relativ flüssig. Hm. Bist du das? Ne. Brauchst du das jetzt gerade? Ne. 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 Okay. So. Hallo, Generator. Ich brauche noch einen. Jetzt. Der hat es jetzt angerugelt. Du blöde Kuh. Ich will dich heilen. Was macht die? Fehlzündung. Ja, klar. Alle auf den Haufen. Hast du das? Ne. Ich sitze hier unten gerade ein Drecker. Ne. Ne. Ja, ich seh's. Läuft hier unten was lang? Ja, der kommt zu uns. Finde ich gut. Scheiße. Ah, die hat mich gesehen und... Okay. Ich glaube auch, dass sie mich vor uns gesehen hat, aber irgendwie wollte die mich nicht. Mich hat sie auch gesehen und ich bin weggerannt und die ist mir nicht mehr hinterher. Gut. Kein Problem. Gibt Schlimmeres. Rennen wir halt da noch bis hier rum. Ups. Ich würde den anderen ja mal heilen, aber der rennt immer von mir weg. Ich finde keine Generatoren mehr, außer dort die zwei. Jetzt hat's wieder geruggelt. Hallo. Hm. Oh. Hm. Hm. Oh Gott. Genau. Weißt du, was ich gut finde? Der kommt genau auf mich zu. Äh, die standen gerade fünf Meter neben mir. Es ist nie wirklich besser. Pisst euch. Macht fort. Was ist das für ne komische Runde? Sag komisch. Oh gut, jetzt sind sie weg. Toll, jetzt ist sie bei mir. Scheiße. Oh Gott. Ich laufe dir voll in die Arme. Okay. Okay, die ist nicht mehr da. Okay, die ist nicht mehr da. Dann rennt man nicht hinterher. Komm, leck dich da. Okay, gut. Oh Gott. Da ist sie. Ey, ganz ehrlich. Ich glaube, das ist kein ernst gemeiner Killer. Oh Gott. Bist du hinter mir? Ja. Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber ich bin irgendwo. Ich war gerade oben auf dem Schiff. Ja, du warst direkt neben mir. Ich habe voll gehört, wie das Messer in die reingerannt hat. Na schön. Ich höre dich. Guten Tag. Komm, ich heil dich. Komm, die ist weg. Warum geht das jetzt nicht? Ich mache Selbstpflege. Alles schick. Vorsicht. Da hinten rennt einer. Mit dir weg, glaube ich. Ja, das läuft hinter dem her. Gut. Ich gehe mal wieder nach oben. Ich gehe wieder zu dem anderen Typi. Der ist fast fertig. Oh, hübsch. Entweder der Killer will das so, oder ich weiß nicht. Ja, ich glaube ihr auch. So, mach mal auf das Loch hier. Da könnte ich mal heilen. Da könnte ich mal heilen. Flubbibubs. Gut. Und raus, oder? Ich gehe mal raus, oder? Ja, da kommt der dritte, der vierte. Oh. 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 Den hat es noch getroffen. Hallo? Oh ja. Ich lief aber ziemlich gut. Hallo? Was? Ich bin hier raus. Ich renne hier außen rum. Was? Hallo. Guten Tag. Fuck. Jetzt bin ich raus. Was war denn das? Ach Gott. Wieder mal eine Runde überlebt.